moin leute und herzlich willkommen zurück hier bei den chilligen gamern bei fortnight mit reload mit chris bro moin boob reload ist gut an war danke müssen überlegen wo wir hin wollen die beste mit snobby show ist kein etwas angeklickt also dachte ich mal ich klicke mal was an ab zu den snobs der gelbe ist also du bist der gelbe das läuft ja die anderen sind auch unterwegs ja sehr gut also wir haben überlegt also es gab ja die überlegung ob jemand mitspielen wollen würde und das könnte man vielleicht realisieren über reload ohne ton so ein paar und da hatte sich ja niemand gemeldet dann sagt doch noch mal bescheid bei fortnight hinzufügen namen seht ihr gott oh gott es geht los ich brauche ja ich bin dort helfen sie mir bitte helfen sie mir jetzt tot ja das ist tot robben fünf sekunden aufheben das ist gut an reload du bist ja so schnell wieder da und ich weiß noch mal ebenso aber das war natürlich auch krasse vorarbeit von mir muss noch mal sagen ja 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 da gelassen das ist ja nett was eigentlich mit unseren coolen mails ich habe noch mit gefunden und noch mit kipps als junge junge er schreckt mich doch nicht so aber leider nur ein bisschen idee geworfen selbst aber da hinten läuft dann herum mehrere dann auf das team ja ich habe mich noch vor dort er kauft sich das schöne die das sind viele lorde aber ich sehe es wie du besnippt wurde das schlechter hier raus dann geh doch raus also wir müssen aber leider auch in die richtung hat uns ja noch jemand markiert denn nämlich ich könnte auch annehmen was du nimmst denn dann nimmst du denn hier wird gerade unser mäd gemacht ja wir haben besucht wir haben die kuchen mitgebracht ich glaube nicht nur den guten ohr kuchen die wollen wir nicht habe ich gemacht aber ich bin so ganz sicher dass man kurz bezeilen ja bin auch gut getroffen aber ich bin hier und ja jetzt ist die ziel oder und das ist nicht gut glaube ich es wird eine enge kiste ich sag's wie es ist ja das ist richtig für ihn auch und her ist doch eigentlich erstmal ganz gut aus so viel schaden kann die zone gar nicht machen ja easy da gibt es uns doch einen schaden richtig gut ja das ist aber auch der ganze gegner truppe wieder über der ending aus der hölle ich geh zu planen ach so ich dachte du gehst du den florsche als gegner hätte ja auch das hätte machen können die haben auch mit automaten also nicht das gute net nichts wie blieblin das hinter dem laden gehen weiter was wir vermutlich auch tun sollten richtig wieder gemacht flauschi geht es nicht gut schloss jetzt gar nicht aber mir in der nähe er schießt auf die leute ok ich glaube kommt zu euch er hat einen gemacht er ist gut das gut er ist guter jung er ist guter jung ich hab dir letztes weg gelaufen brauchst irgendwie money geht wieso schießen die so gut ja das gute frage alter auch du scheiße hau mal ab hau mal einfach ab das ist nicht nicht so einfach nicht so einfach platz den krieg was soll man sagen beim nächsten mal vielleicht mit euch richtig da vielleicht brauchen wir eure hilfe um hier mal richtig abzureißen komplett abzuräumen bis dahin würde ich sagen immer so gut und ciao 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 Vielen Dank.